Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblüßen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. I am Mars, the Great and Powerful. Who are you? Wenn er sich... Who are you? Es soll uns heißen, Sie können... You not arise the wrath of the... Ohne Befehle. Feuer! A RAT! You dare to come to me, do you? Was Sie mit Ihren Medizinforschungen erreicht haben, dafür wir kommen mit der Generation. Dankbar. Do you presume to criticize the great Oz? Nichts Unrechtes getan. The beneficent Oz has every intention of granting your request. Es soll uns heißen, Sie können Wege lang nicht finden. I'll have to give the matter a little thought. I'll have to give the matter a little thought. Es soll uns heißen, Sie können Wege lang. You not arise the wrath of the... You not arise the wrath of the... Fire! Verharrt! Not so fast. Not so fast. Go away and come back tomorrow. Wenn es so erzählt. They said no! What happened, sinner? Swipe for the night of the... What happened, sinner? Swipe for the night of the... Nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinforschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen komplette Begrationen dankbar sein. Why? Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. I am Oz, the great and God. Bistet Feig! Who not arise the wrath of the... Ohne Befehle. A RAT! The beneficent Oz has every intention of granting your... Request. Was Sie mit Ihren Medizinforschungen? He couldn't fake it. Fire! Was Sie mit Ihren Medizinforschungen? Was Sie mit Ihren Medizinforschungen? First, you must prove yourself worthy by performing a very small task. Bring me the broomstick of the Witch of the Way. Was Sie mit Ihren Medizinforschungen? A RAT! Bring me her broomstick and I'll grant your request. Now go! Was Sie mit Ihren Medizinforschungen? Was Sie mit Ihren Medizinforschungen? A RAT! Sie sind da. Mein Führer. Die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir könnten jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Den Tausenden können verletzen und den Alten. In einem Karriket wie diesen gibt es keine Zivilisten. Gruppenführer, Sie stehen unter Arrest. Wir müssen Sie mitnehmen. How about a little fire? Stehen bleiben! Ein Befehl! Der andere Steiners war ein Befehl! Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Sie sind Feindlinge! Verreiter, Versager! Dieser Versager, dieser Maratzen! Ein paar Vanille, der Faulbelts! Wie kann das Wagen mit der Hand und zum Feind schracken? Wir haben verabredet... Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftmacher! Was hat er denn das gemacht?! Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglichst gemacht! Und jetzt das! Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Dann suchen Sie ihn hin! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!